guten tag leute so heute wird wieder gestreamt 14 uhr auf twitch link in der video beschreibung und was wird gestreamt ja brawlhalla link dazu zu dem spiel das ist free to play will es ein bisschen ausprobieren mit euch zusammen natürlich ja will ein bisschen gegen euch spielen oder mit euch spielen free to play bei steam erhältlich ich versuche euch den link in die video beschreibung noch zu packen dass ihr euch schon mal warm zu umkommt bis 14 uhr würde mich freuen wenn ihr dabei seid ja und das team geht natürlich wieder lange so wie immer wie unio wie e und je sprachlich total eine voll null bei heute ist aber egal ja ich sag dann bis dann ciao und tschüss